Ich glaube nicht, dass wir jemals Frieden mit meiner Familie haben können, wenn die Wahrheit nicht ans Licht kommt. Ich kann vieles verzeihen, aber wir müssen darüber sprechen, um uns zu versöhnen. Und dazu gehört auch, dass Verantwortung übernommen werden muss. Sie schreiben vom geliebten Bruder und Erzfeind starke Worte. Es gab schon immer diese Konkurrenz zwischen uns. Ich glaube, auch das hat mit dem Thema Thronfolger und Reserve zu tun und der Rolle der britischen Presse dabei. Sie haben die Whaleses, zu denen Kate und William jetzt gehören, gegen die Sussexes, also mich und meine Frau, ausgespielt. Sie haben uns immer gegeneinander aufgehetzt. Sie haben Kate und Meghan gegeneinander aufgehetzt. Wie würde Ihre Mutter über Ihre Beziehung zu Ihrem Bruder denken? Sie wäre untröstlich, dass es so gekommen ist. Ich denke, es würde ihr das Herz brechen, dass William, sein Stab, Teil dieser Geschichten war. William und ich hatten einen Pakt geschlossen, dass wir niemals zulassen würden, dass unsere Ämter gegeneinander kämpfen, egal was passiert. Glauben Sie, er hat diesen Pakt gebrochen? Ja, die Leute, die er beschäftigt hat, haben diesen Pakt gebrochen. Einige Kritiker werden sagen, sie verdienen Geld mit dem Konflikt. Es ist fast so, als ob sie ihre Familie verkauft hätten. Der einzige Weg, wie ich uns schützen und diese Unwahrheiten korrigieren kann, ist, darüber zu schreiben. Aber ich bin mir darüber im Klaren, dass auch so ein Buch gewissermaßen die Bestie füttert. Können Sie sich vorstellen, dass Sie und Ihre Familie nach Großbritannien zurückkehren und als Royals in der Monarchie arbeiten? Ich glaube nicht, dass das jemals möglich sein wird. Selbst wenn es eine Vereinbarung oder ein Arrangement zwischen mir und meiner Familie gäbe, gäbe es immer eine dritte Partei, die alles tun wird, um sicherzustellen, dass das nicht möglich ist. Und das ist wirklich traurig, weil das im Grunde die Beziehung zwischen uns allen kaputt macht. Wenn es etwas in der Zukunft gäbe, wo wir den Commonwealth weiterhin unterstützen können, dann kann man natürlich darüber nachdenken. Zuerst muss es Gespräche geben und Verantwortung muss übernommen werden. Wenn nicht, dann wäre das sehr traurig. Aber ich werde mich auf mein Leben konzentrieren, auf meine wunderbare Familie, für die ich dankbar bin. Auf meine beiden Kinder, die heute Morgen herumgesprungen sind, als ich mich hierauf vorbereiten wollte. Das war wohl die Vorbereitung. Wissen Sie, ich bin nicht mehr wütend. Es gibt Dinge, die mich immer noch wütend machen, aber ich bin nicht mehr wütend. Ich bin genau da, wo ich sein soll.